Sag mal, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Wo Schatz? Hier! Hast du überhaupt was gemacht? Natürlich habe ich, Schatz. Ich habe alles aufgegessen, was du gestern gekocht hast. Gar nichts ist übrig geblieben. Das ist aber keine große Hilfe. Wie keine große Hilfe? Schatz, natürlich ist das Hilfe. Du musst gar nichts in Bio-Eiwa schmeißen. Nur waschen und fertig. Du hast wenigstens Staub saugen können. Ja, warum? Warum soll ich das machen? Eine halbe Stunde sieht wieder aus. Staub saugen nur, wenn Besuch kommt und genug. Schatz, warum du übertreiben? Ich verstehe dich nicht. Ja, bei dem schönen Wetter hätte ich wenigstens eine Waschmaschine laufen lassen können. Ich wollte es machen, Schatz. Aber diese arme Waschmaschine, die muss auch ab und zu einen freien Tag haben. Du jeden Tag reinschweißen, wie immer drehen, drehen. Die hat auch Seele, wie wir Menschen. Die braucht auch einen Tag Ruhe. Schatz, ich bitte nicht übertreiben gleich. Ausreden hast du immer, oder? Das ist keine Ausreden. Das ist so. Ja. Du fauler Pelz, du. Du fauler Pelz, du. Du fauler Pelz, du. Du. Du.